hallo leute herzlich willkommen zu einem pack opening bei black ops 3 so fangen wir mal ich habe 161 kryptos ich denke ich öffne muss so sechs sieben von den 10er und dann so jetzt eine 30er passt es in form karte auf geht es so macht man das ruin kopf thema bronze das sieht immer scheiße aus aber das brauche ich habe ich auch nur 30 erst so zwischen und let's go nur scheiße aller wir verarschen seraph kopf thema das ist nice seraph geiler das ist echt geil weil ich zock das nämlich auch episch ich zock die mo ich krieg die monochrom tarn und ist sogar das für shotgun und aller episch selten und legendären mpeg ok mann hat er nur scheiße mann ich will mir das nur von dem seraph a gucke weil das seiten wirklich mega geil aus der körper war das nur kürz war doch kopf oder raupe alter das sieht mega nice aus die männer wo habe ich auch noch tarnungen gezogen königlich und fällt ok sind scheiße aber das muss man sich mal gucken die krm shotgun ich habe einfach monochrom tarnung die sieht einfach so geil aus sie bewegt sich einfach und unsere chinesische zeichen in wirklich neongelb all deine aber für scheiß shotgun man das gibt es nicht ob weiter geht es ich öffne noch zwei stück hast schon die 30 aufgemacht ja zwei stück ich sehe war noch um und die monochrom tarnung dafür scheiß mg alter man egal egal ob ich öffne ich öffne noch mal drei ich öffne einfach alle scheiß drauf ist egal ich habe reaper thema gezogen raupe nice ich zog hier eigentlich nur ich zog einfach eben nur mit dem reaper alter spiel das sieht geil aus oh no das passt sogar zum helm endlich jawohl erlaut sich gelohnt nice so muss es sein jetzt habe ich noch zweitreich kryptos ja ich öffne aber jetzt noch drei von den 10er dadurch mehr dafür auf geht's jetzt ich kriege aber fürs nächste mgl legendäre tarnung hey man warum wir für mgl wichser das kann nicht sein ob was schönes dreimal normal noch ins kann ich öffnen nur normale habe ich was doppelt das habe ich sechs kryptos aber ohne scheiß der reaper sieht richtig nice aus dann noch paar geile tarnungen gezogen das war schon relativ nice haut rein Leute das war ziemlich nice ciao